Upavesha-Sanah ist die Hockstellung. Upavesha heißt einfach Hocke, Upavesha-Sanah ist die Hockstellung. Jede Stellung im Hocken kann man als Upavesha bezeichnen. Du könntest auch auf der Zehenspitzen Hocke sein, aber meistens ist es die tiefe Hocke mit Fersen am Boden. Du kannst zum Beispiel dabei die Hände in Namaste Mudra machen, das wäre auch Namaska Upavesha-Sanah. Du kannst die Arme nach vorne ausstrecken, das wäre wie Dvi-Hasta-Uttana-Upavesha-Sanah. Du kannst dich auch nach vorne beugen, die verneigende Hocke. Und wenn du dann noch die Arme zum Beispiel um die Knie herum nach hinten gibst, dann sind das Bada-Hasta-Upavesha-Sanah, was meistens aber als Malasana bezeichnet wird, als Girlande. Hockstellungen sind wichtige Stellungen. Man nimmt an, dass in früheren Zeiten die Menschen sehr viel gehockt haben. In früheren Zeiten gab es keine Stühle und sich auf den Boden zu setzen, war nicht in jeder Situation möglich. Aber man kann sich immer hinhocken. Und bis heute gibt es viele Naturvölker, die zum Beispiel auch in Hockstellungen sitzen, sich unterhalten oder auch essen, für die meisten Westler unvorstellbar, weil sie die Flexibilität in Hüften, Knien und Fußgelenken nicht haben. Aber dass in Naturvölkern diese Stellung üblich ist, zeigt, dass diese Hüft oder dass diese Hockdehnung für Knie, Hüfte und Oberschenkel entscheidend ist. Und vermutlich würden Menschen bis ins hohe Alter gesündere Beingelenke haben, wenn sie häufiger Upavesha-Sanah üben. Also probiere es doch immer wieder und kultiviere deine Gelenksflexibilität.